hey leute willkommen zurück auf sportbox ich schulde euch immer noch den gewinner für das gewinnspiel jonas stradins hat das deutschlandtrikot gewonnen hier deutschland trikot away mit fifa badge als für das gewinnertrikot aus unserem deutschland gewinnspiel melde dich bei mir schick mir am besten per nachricht deine adresse und dann sehen wir uns bald wieder für alle die jetzt nicht gewonnen haben sorry ich hatte jetzt im moment nur ein trikot ihr kriegt aber ein neues highlight und zwar gibt es demnächst starteten gewinnspiel zusammen mit einem shop von uns und da lasse ich euch dann ein video zu kommen und da könnt ihr dann auch was neues gewinnen neuere informationen zum nächsten gewinnspiel wie immer bleibt sportlich bleibt hier auf sportbox und dann sehen wir uns jonas glückwunsch zum trikot viel spaß damit vergesst nicht melde dich bei mir so Vielen Dank.